Das Wort hat die Kollegin Sabine Zimmermann für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Vor einiger Zeit haben wir uns mit Beschäftigten aus der Film- und Fernsehindustrie getroffen. Sie alle berichteten mir von einem und demselben Problem. Sie zahlen in die Arbeitslosenversicherung ein, erhalten aber, wenn Sie arbeitslos werden, kein Arbeitslosengeld I. Sie fallen sofort in Hartz IV. Und das, meine Damen und Herren, ist ungerecht. Meist sind Ihre befristeten Beschäftigungen zu kurz, um die entsprechenden Versicherungszeiten zusammenzubekommen. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie keinen Job haben, müssen Sie Ihre Finanzen freilegen, werden zu sinnlosen Bewerbertrainings gezwungen und oder Sie arbeiten in Call-Centern. Das ist unzumutbar und geht völlig an der Berufsbiografie vorbei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht hier nicht allein um eine Berufsgruppe. Es geht um ein allgemeines Problem, was wir in Deutschland haben. Die Arbeitslosenversicherung hat nicht die Schutzfunktion, die sie haben sollte. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit rutscht inzwischen jeder vierte Erwerbslose direkt in Hartz IV. Wir als Linke machen in unserem Antrag ganz konkrete Vorschläge, wie der Zugang zur Arbeitslosenversicherung erleichtert werden kann. Aber wir sollten uns auch mal fragen, wie konnte es so weit kommen. Da müssen wir in das Jahr 2002 zurückgehen, als die damalige rot-grüne Bundesregierung mit den Hartz-IV-Gesetzen die Weichen auf dem Arbeitsmarkt in eine völlig falsche Richtung gestellt hat. Ja, Frau Potma, auch Sie waren dabei. Seitdem sprießen nämlich prekäre Beschäftigungsverhältnisse kurzfristige Beschäftigungen wie zum Beispiel Leiharbeit und Minijobs wie Pilze aus dem Boden. Auf der anderen Seite ist die Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung eingeschränkt worden. Denn die Rahmenfrist, also der Zeitraum, in dem Beschäftigte Ansprüche auf das Arbeitslosengeld I erwerben können, wurde von drei auf zwei Jahre verkürzt. Das war Ihr Verdienst, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Die Linke fordert eine grundlegende Korrektur dieser Fehlentscheidungen. Völlig unzureichend sind in jedem Fall die heutigen Sonderregelungen für kurzzeitig Beschäftigte. Eigentlich sollen kurzzeitig Beschäftigte bereits dann Arbeitslosengeld erhalten, wenn sie sechs Monate in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben. Also nicht zwölf Monate wie regulär vorgesehen. Es gibt aber jedoch zwei Fußangeln, die eine Mehrzahl der Betroffenen ausschließt. Zum einen die willkürliche Verdienstgrenze von derzeit bruttomonatlich etwa 2.600. Wenn jemand mehr verdient, dann hat er Pech und bekommt kein Arbeitslosengeld. Zum anderen ist es im Gesetz festgelegt, dass nur diejenigen Arbeitslosengeld erhalten, deren Beschäftigungsverhältnisse mehrheitlich jeweils nicht länger als sechs Wochen dauern. Hat er oder sie sechs Wochen und einen Tag, dann hat er auch wieder Pech. Diese restriktiven Zugangsbedingungen führen zu abstrusen Situationen, dass viele Beschäftigte einerseits zu kurz beschäftigt sind, um regulär Arbeitslosengeld zu erhalten, aber andererseits zu lang, um die Sonderregelung zu nutzen. Beispiele dafür gibt es genug. In der Leiharbeit, in der Gastronomie, auch in der Wissenschaft. Überall dort, wo Menschen mit kurzen, befristeten Jobs arbeiten. Unsere Forderung als Linke ist klar. Wir wollen erstens eine längere Rahmenfrist. Sie muss wieder drei Jahre statt zwei Jahre betragen. Zweitens fordern wir in der derzeitigen Sonderregelung, die restriktiven Zugangsbedingungen der Verdienstgrenze und die Beschäftigungsdauer zu streichen, wie auch die SPD dies fordert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie die Vorschläge von uns umsetzen, würden viele prekäre Beschäftigte erstmals Zugang zur Arbeitslosenversicherung erhalten. Wir sagen aber zugleich, es gilt auch, die prekäre Beschäftigung zu bekämpfen. Wir können uns nicht damit abfinden, dass Millionen Menschen nur noch befristet, oft für kurze Zeit beschäftigt werden. Wir brauchen gute und sichere Arbeitsplätze. Dankeschön.